Tagesdosis Datenraubzüge des Bundesgesundheitsministers Ein Kommentar von Norbert Hering Weil die Machenschaften des ehemaligen Pharma-Lobbyisten und jetzigen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn beim Koalitionspartner bei einer durch Corona handzahm gemachten Opposition und in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig Empörung auslösen, will ich hier wiedergeben, was der Medizinerverband Interessengemeinschaft Medizin e.V. dazu zu sagen hat. Für den Hintergrund und zur Einstimmung noch die wichtigsten Passagen aus dem Lobbyistendossier Spahns aus den Nachdenkseiten von 2018, kurz vor seiner Berufung zum Gesundheitsminister. Zitat Im Jahre 2006 gründete der damals 26-jährige Karrierist mit seinem Freund, dem damaligen Leiter seines Abgeordnetenbüros Markus Jasper sowie dem Lobbyisten Max Müller eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR, über die er jahrelang an Politas, einer Lobbyagentur für Pharmaklienten, beteiligt war, obwohl er bereits 2009 dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages angehörte. Zwar verkaufte Spahn im Jahre 2010 seine Anteile an Politas, denn, Zitat, er habe den Eindruck eines möglichen Interessenkonfliktes vermeiden wollen. Zitat Ende Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, im Jahre 2012 in dem Positionspapier, das er gemeinsam mit seinem CSU-Kollegen Johannes Singhammer gegen die von den Grünen geforderte Bürgerversicherung in Stellung brachte, wortgleich Texte vom Verband der privaten Krankenkassen PKV abzuschreiben. Zitat Ende Bis März 2015 war Spahn zudem Vorsitzender vom Beirat Gesundheit, einer Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen, die Unternehmen und Verbände mit Abgeordneten und Vertretern der Bundesregierung zusammenbringt, um Gesetzesinitiativen vorzubereiten. Rein zufällig ist der PKV auch hier ein bedeutendes Mitglied. Zitat Ende Vor diesem Hintergrund wundert es nicht mehr so sehr, warum der Gesundheitsminister eine derartige Serie von Gesetzen auf den Weg gebracht hat, die ausnahmslos Regelungen zum erleichterten Zugriff auf unsere Gesundheitsdaten und oder deren zentrale Speicherung beinhalten. Und das hat die Interessengemeinschaft Medizin e.V. dazu zu sagen. Zitat Zitat Ende Bereits mehrfach hat die Interessengemeinschaft Medizin darauf hingewiesen, dass in mehreren Gesetzen das Recht der Bürger auf informationelle Selbstbestimmung verletzt wird. Angefangen hat dieser beispiellose Datenraubzug des Jens Spahn mit dem Implantate-Registriergesetz, welches regelt, dass die Daten von Patienten mit medizinischen Implantaten, von Gelenkendoprothese über Herzschrittmacher bis hin zu Brustimplantaten, in einem zentralen Register im Klartext aufgezeichnet werden. Weiter ging es mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz, welches erlaubt, dass die abrechnungsbegründenden Daten aller Vertragsärzte zentral an ein Datenzentrum geschickt und dort pseudonymisiert, also potenziell rückverfolgbar verschlüsselt, gesammelt werden. Zitat Den Patienten wird dabei erzählt, dass ihre Daten für wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt werden sollen. Zitat Ende Berichtet die Internistin aus Neutrabling. Zitat In Wahrheit zeigen die weiteren, derzeit in sogenannten Omnibus-Gesetzen versteckten Regelungen durch den Gesundheitsminister, dass es vermutlich eher darum geht, die Daten der 73 Millionen Patienten für die Industrie und die Krankenkassen nutzbar zu machen. Der Patient wird gläsern. Zitat Ende Besonders bedenklich ist es laut IG Med, dass dabei der Patient nicht vorher gefragt wird und auch kein Recht hat, der Speicherung zu widersprechen oder eine Löschung zu verlangen. Ein Unding, wie auch der Bundesdatenschützer sinngemäß mitteilen lässt. Die IG Med verweist zudem auf die vielfache Kritik am gerade im Bundestag verabschiedeten PDSG-Gesetz, PDSG gleich Patientendatensicherungsgesetz, welches in vielen Teilen das Gegenteil von seiner Bezeichnung bewirken wird. Die IG Med fragt, warum auch für dieses Gesetz in der Öffentlichkeit kaum ein Meinungsaustausch gestaltet wurde. Zitat Zitat Ende Sagt Steffen Grüner, stellvertretender Vorsitzender der IG Med. Zitat Zitat Ende Erstaunlicherweise scheint diese gesundheitspolitische Zeitbombe auch von den Oppositionsparteien wohlwollend ignoriert zu werden. Oder sie verkennen die Brisanz dieser spanischen Feldzüge für die bürgerlichen Freiheiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017